Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hahahaha! Und finden dort nicht das Wunderland, aber eine Wolfskönigin in Rot, Teenager in der Krise und einen großen bösen Wolf. Ja, es ist Lonely Castle in the Sky, entstanden unter der Regie von Keiichi Hara und nach einem Drehbuch von Miho Maruo und nach einem Roman von Mizuki Tsujimura. Und dieser Film, ein Anime-Film, der erreicht die deutschen Kinos am 9. Juni. Und mit mir zusammen in die Welt hinter den Spiegeln stürzen sich Johannes, Haldi, hallo, und Melanie. Hallo! Und ich bin der Lasse übrigens. Hi! Hallo! Ja, so dann, Lonely Castle in the Sky, dann eine Person von euch kann uns vielleicht sagen, worum geht es in dem Film? Ja, das mache ich sehr gerne. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. In dem Film begleiten wir die Schülerin Kokoro, die ja als eine introvertierte Schülerin, sie wird in der Schule gemobbt und geht deswegen nicht so gerne zur Schule. Und eines Tages leuchtet ihr Spiegel zu Hause auf und sie geht dann durch den Spiegel und trifft dort in einem Schloss auf sechs andere Jugendliche, denen es vielleicht ähnlich geht und einem Mädchen mit einer Wolfsmaske. Und dieses Mädchen mit der Wolfsmaske stellt ihnen eine Aufgabe, dass sie einen Schlüssel finden sollen und wenn sie den Schlüssel finden, hat genau eine Person von ihnen einen Wunsch frei und dafür haben sie eine gewisse Zeit lang Zeit. Und dann sehen wir in diesem Film einerseits, wie die Jugendlichen ja in diesem Schloss ja sich näher kennenlernen, denen den Schlüssel suchen, um ihren Wunsch zu erfüllen und gleichzeitig sehen wir auch noch ein bisschen was aus dem Alltag von Kokoro. Ja, das trifft es doch ganz gut. Melanie, du hast dich ja noch ein klein bisschen verspätet und tatsächlich eingeschaltet zum Film, weil du dann doch auch sehr gerne mit dabei sein wolltest. Was hat dich dazu motiviert, diesen Film anzuschauen? Lustigerweise war es der Grund, dass ich das Buch, also das Ganze beruht ja auf einer Vorlage, auf einer Buchvorlage. Ich hatte das schon so oft in der Hand und war kurz davor es zu kaufen. Und dann dachte ich jetzt so, ich habe das nämlich irgendwie so richtig kurzfristig mitbekommen, dass dazu jetzt auch ein Film rauskam. Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm und dann habe ich direkt natürlich nachgefragt, ob wir den hier auch besprechen und dann war der ja schon längst organisiert. Ich habe das wirklich gar nicht mitbekommen. Und dann dachte ich mir so, oh, zum Glück habe ich es noch geschafft. Weil wie gesagt, irgendwie fand ich die Story immer ganz interessant, aber irgendwie habe ich dann doch nicht das Buch gekauft. Und dann dachte ich, okay, dann könnte ich ja jetzt einfach mal den Film schauen. Ja, und was war deine Motivation, Johannes, dich für den Film zu melden? Ich schaue allgemein super gerne Anime-Filme, natürlich von Studio Ghibli, aber auch von anderen Studios und RegisseurInnen. Ich gucke nicht so viele Anime-Serien und gefühlt erscheinen in Deutschland immer noch nicht, zumindest mir nicht genug Anime-Filme. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, auch mit so einem übernatürlichen Szenario, habe ich gedacht, okay, das schaue ich mir doch mal an. Und wie ging es dir? Ja, bei mir im Prinzip dasselbe, weil ich dachte, ach, der Titel und das ist ein Anime-Film, da bin ich dabei. Ich habe im Vorfeld tatsächlich nichts angeguckt, nichts gelesen, kein Trailer und gar nichts. Ich wollte gerne komplett blind reingehen. Und ich war ein bisschen schockiert dann von der Laufzeit tatsächlich. Das Ding geht fast zwei Stunden, was doch vergleichsweise vielleicht ungewöhnlich ist für einen allgemeinen Animationsfilm. Aber bei Animes, naja, da läuft es ja ein kleines bisschen anders. Und ich war, ich habe nicht mit bestimmten Sachen gerechnet in dem Film. Das ist ein Film, über den man nicht zu viel verraten sollte, weil es doch so ein paar kleine Twists und Turns gibt. Aber man kann wenigstens trotzdem über so ein paar Details sprechen, unter anderem zum Beispiel, wie uns die Erzählweise gefallen hat. Weil am Anfang war ich ein klein bisschen, und das ist auch nichts Neues bei Anime-Sachen allgemein, aber man wird am Anfang so ein bisschen ohne großes Intro reingeworfen in so verschiedene, man kriegt so verschiedene kleine Momentaufnahmen, die dann erst sehr viel später Sinn ergeben, wo ich dann auch sehr froh war. Aber das ist wirklich, das ist etwas, woran man sich dann immer gewöhnen muss. Und ich habe dann auch nicht ganz so damit gerechnet, wie emotional und ernst es dann letztendlich doch wird, obwohl ich an sowas eigentlich auch gewöhnt sein müsste inzwischen als so ein bisschen Anime-Veteran. Was sind denn eure allgemeinen Eindrücke erstmal? Seid ihr positiv, negativ oder irgendwie dazwischen? Ich bin irgendwie dazwischen. Wir können ja einfach mal direkt mit der Tür ins Haus, ne? Ja. Der Film hat wirklich sehr emotionale Themen und eigentlich auch sehr tiefgreifende Themen. Und ich habe irgendwie eine Weile gebraucht, bis ich gerallt habe, worum es hier gerade wirklich geht. Also wo ich irgendwie so ein bisschen weiter philosophischer darüber nachgedacht habe, okay, es geht eigentlich hier rum und warum sind diese Kids alle in diesem Schloss aus dem und dem Grund? Und dann fand ich es eigentlich schon toll, aber das Problem ist irgendwie so ein bisschen die Umsetzung. Also ich hatte auf jeden, jeden Fall Probleme. Also ich fand, glaube ich, so die erste halbe Stunde fast schon langweilig. Und ich dachte mir so, warum passiert hier nichts? Also wir sehen irgendwie die ganze Zeit zu, wie diese Kids dann in diesem Schloss chillen und irgendwie miteinander so gefühlt belanglose Unterhaltungen führen. Und es war wirklich zum Teil echt langweilig. Und es hat wirklich dann gedauert, bis der so richtig ins Rollen gekommen ist. Und dann konnte er mich auch packen. Auch wegen den emotionalen Themen. Ja. Oh ja, ja, was ich, mein Eindruck tatsächlich zwischendurch war, weil es eben so, weil ich mag einerseits Filme, die sich durchaus Zeit nehmen und die so eine gewisse chillige Atmosphäre haben teilweise. Also chillig im Sinne von entspannt. Und das macht der Film auch durchaus. Aber dann wird sehr vieles irgendwie so ein bisschen so mit Montagen irgendwie überbrückt. Und ich hatte teilweise fast das Gefühl, das ist so eine von diesen Anime-Filmen-Abridged-Versionen von einer Serie. Wo man denkt, hier passiert eigentlich noch sehr viel mehr zwischen den Zeilen und zwischen den Szenen und so weiter. Und da hätte man durchaus vielleicht dann mehr tief hinzufügen können. Und so letztendlich hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass groß was gefehlt hat. Aber das Gefühl hatte ich manchmal. Johannes, wie ist es bei dir? Ja, ich finde den Vergleich mit einer Serie ganz spannend. Es sind ja insgesamt sieben Jugendliche, weil es ja so eine Anspielung ist an das Grimm-Märchen der Wolf und die sieben Geißlein. Aber ich hatte auch das Gefühl, das sind viel zu viele. Weil abgesehen von Kokoro bleiben die alle super blass. Und also auch dieses Element, also ich habe mich nicht nur die erste halbe Stunde gelangweilt. Ich habe mich tatsächlich super, insgesamt habe ich mich ziemlich gelangweilt. Auch weil ich mit den Figuren überhaupt nichts anfangen konnte. Also es ist ja schon häufig in Animes so, dass die Emotionen sehr groß sind. Dass irgendwie, wenn geweint wird, gelacht wird oder irgendwie ja wütend geworden ist, das alles sehr groß. Und hier fand ich das alles sehr, weiß ich nicht, so pathetisch und melodramatisch und so tragisch die Situation von Kokoro auch ist. Ich konnte damit überhaupt nicht bonden, weil mir das alles viel zu drüber war. Es ist so, ich hatte irgendwie, ich hatte nicht so das Gefühl, oh, das ist unrelatable. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bleibe immer auf Distanz zu den Charakteren. Und werde nicht hundertprozentig eingelassen in diese Gruppe, in diese Welt. Und ich war immer so irgendwie dann der Beobachter. Und am Ende war ich schon in gewissem Sinne invested. Aber da geht halt auch alles so schnell. Und im Nachhinein müssen noch ein paar bestimmte Close-Ups irgendwie für eine exakte Klarheit sorgen. Halt Sachen, die man nicht wirklich rafft, wenn man es dann zum ersten Mal sieht. Einfach so. Ja. Und dann muss noch ein bisschen mehr Klarheit geschafft werden, sozusagen. Ich fand, was ich sehr schick fand, ohne zu viel verraten zu wollen. Und es passiert eine bestimmte Sache, wo ich dachte, Moment, ist das so ein Szenario? Und dann nehmen die Charaktere und dann lustigerweise nimmt einer dieser Charaktere dieses Szenario auf und erklärt das. Und es stellt sich heraus, nein, das ist nicht dieses Szenario. Und das fand ich ziemlich nice. Wo ich dachte, oh, was ist es denn dann? Und das fand ich eben schön, dass ich dann im Film kurz voraus war. Dann hat der Film abgecatcht. Und dann aber mich wiederum dann doch überrascht. Und das fand ich dann ganz nett. Weil man kennt es mit bestimmten Filmen dieser Art, dass sie so ein gewisses Element haben, welches so einen örtlichen und zeitlichen Twist hinzufügt in irgendeiner Form. Und da muss man dann ganz genau aufpassen. Und wenn man zu hart drüber nachdenkt, dann kann sich einem ganz schön das Gehirn verknoten, dass es mir nach dem Film passiert. Ich hatte das auf jeden Fall auch. Ich fand das eigentlich auch sehr cool, dass er sowas eingebaut hat. Und also man fängt dann ja auch an, so ein bisschen mitzuretseln. Was könnte es jetzt sein? Dann erst mal war man dann wirklich auch so, okay, ja, das ergibt total Sinn, was dieser Charakter jetzt gerade erklärt. Das könnte es sein. Und dann so, nee, es ist doch nicht so. Und dann warst du so, ja, aber was ist es denn dann? Weil eigentlich fordert der Film dich auch so ein bisschen auf, mit nachzudenken und mitzuretseln. Aber ja. Es ist letztendlich, ich glaube, das ist auch ein Film, den man nicht allzu wörtlich nehmen sollte. Es geht dann in dem Film letztendlich um so bestimmte Emotionen, um gewisse Traumabewältigungen und so weiter und so fort. Aber halt dann ergeben sich da so ein paar Fragen, wo man denkt, hey, Moment, aber was bedeutet das jetzt? Oder warum ist das so und so? Es ist halt ein bisschen, gerade halt die Figur der Wolfskönigin ist ziemlich frustrierend innerhalb des Films. Wo man halt am Anfang ist es halbwegs, wenn sie sich, wenn Kokoro zum ersten Mal in diese Welt kommt und dann versucht sie zu fliehen und dieses Mädchen regt sich auf und muss sie dann dort reinziehen. Das fand ich ziemlich charmant und gut gemacht. Aber dann letztendlich ist sie einfach nur dieser ominöse Charakter, der irgendwo auftaucht, der sich über Dinge lustig macht. Und dann letztendlich aber, wenn sich dann irgendwie herausstellt, wer das ist oder wer das sein soll, ergeben viele der Handlungen nicht wirklich Sinn, meiner Meinung nach. Also vielleicht ist es auch etwas, wo man noch ein bisschen mehr drüber nachdenken muss oder wo man es einfach nochmal gucken müsste. Aber es ist halt ein sehr gemächlich erzählter Film. Und womit ich persönlich auch ein Problem habe, war tatsächlich der Look. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Total. Also noch ganz kurz zu ihr. Sie ist halt so ein wandelnder Erklärbär, der irgendwie alles einfühlt und sonst relativ wenig macht. Und ich bin auch bei dir am Ende, als erklärt wird, okay, es gibt eine Beziehung irgendwie mit diesen Figuren. Warum das passiert? Keine Ahnung. Und auch, ich finde es auch nicht elegant gelöst. Also Kokoro, das ist ja wirklich so, zufällig wird da reingestolpert. Das ist irgendwie nicht elegant, dass sie da reinkommen. Und den Look muss ich auch sagen, gerade so im Vergleich zu aktuellen, also natürlich, wenn wir irgendwie uns Studio Ghibli angucken, der Junge und der Reiher, das sah ja unglaublich schön aus. Aber auch, wenn wir uns angucken, letztes Jahr Susume, unglaublich schöner Film. Oder aktuell ist jetzt auf Netflix My Only Girl, der sieht auch sehr schön aus. Und im Vergleich dazu fand ich den hier sehr, also auch da vielleicht wieder so dieser Serienvergleich, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber die Figuren sahen halt ordentlich aus. Aber ich fand auch das Schloss, das war super leer und ich fand es auch nicht sonderlich kreativ. Auch das mit dem Schloss, das wird am Ende aufgeklärt, aber fand ich auch eher irgendwie eine plumpe Erklärung dafür, dass es ein sehr, sehr klassisches Mittelalter-Schloss ist. Ja, es ist halt das einerseits, es könnte irgendwie hübscher aussehen und andererseits ist es einfach so ein digitales Environment, wo sie drin sind, wo man die ganze Zeit, ich hatte irgendwie so Star-Wars-Prequel-Flashbacks, wo die ganze Zeit, wo irgendwie die Charaktere scheinen nicht richtig in diese Welt zu gehören. Und vielleicht ist das auch der Punkt, weil ich glaube, in der echten Welt verhält sich das mit den Hintergründen und so ein bisschen anders. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es tatsächlich vielleicht ein stilistisches Mittel war, um zu zeigen, dass es hier nicht hundertprozentig echt, das ist ein bisschen ungewöhnlich und so weiter. Aber ich habe mich doch sehr an diesen digitalen Shots und auch an diesen Effekten mit dem Spiegel irgendwie gestört, wo das einfach wirkt wie Fremdkörper. Und es gibt andere Filme, die so digital und klassische Zeichentrick-Animationen sehr gut miteinander kombiniert haben. Ich finde so etwas wie, lustigerweise, so etwas wie Disney's Der Schatzplanet hat das großartig gemacht, wie ich finde. Aber hier, finde ich, hat das immer so geclashed. Und irgendwie mit dem Look, das war dann irgendwie alles zu sauber. Und ich war dann doch letztendlich überrascht von der tonalen Wendung, die er nimmt. Angefangen mit einem bestimmten traumatischen Ereignis, was einen weiblichen Charakter ereilt, wo ich dachte, oh, wir gehen jetzt in so eine Richtung. Oh Gott. Wo mir dann aber auch unklar war, wer ist denn dieser Charakter eigentlich? Wer ist der Charakter, der diese Figur dort in Bedrängnis bringt? Das ist mir nicht klar geworden erst. Es ging irgendwie alles zu schnell. Und dann wird's im Finale auf gewisse Art ein bisschen abgefuckt. Wo ich mir denke, okay, ich mag Filme, die ein bisschen so den Teppich unter den Füßen wegziehen. Und in dem Fall wird es sehr melodramatisch. Ich finde, nicht auf eine Art und Weise, die irgendwie über anderes, was ich in Anime-Filmen gesehen habe, hinausgeht. Ich finde, das war alles dann schön passend gemacht und so weiter. Aber ich habe nicht damit gerechnet, wie tatsächlich so ein bisschen unheimlich und nihilistisch es dann wird. Ja, also ich weiß nicht, ich fand auch wieder ... Also ich gehe auch noch mal auf diese Wolfskönigin zurück, weil ich fand das auch irgendwie so unbefriedigend, diese Auflösung, die ja eben auch am Ende dann kam. Das hat für mich irgendwie auch ... Also das ergibt für mich ... Das ganze Szenario ergibt für mich irgendwie gar keinen Sinn, warum dieser, warum diese Figur das alles machen soll, ne? Also ... Und ... Wisst ihr, was mich auch so rausgebracht hat in dieser Szene, wo diese Auflösung war mit dieser einen Figur, wo das Trauma halt war? Da wird diese Szene so gezeigt und ... Es ist wirklich schon sehr dramatisch und auch schlimm, ne? Aber dann setzt plötzlich so eine strange Musik ein. Also ich fand die Musik eigentlich voll gut. Aber dann setzt plötzlich irgendwie so eine ... Wie so eine E-Gitarre wird irgendwie plötzlich genutzt, um diese Szene so zu untermalen. Oder ich war ... Das war sehr ... Das hat mich tatsächlich noch zusätzlich erschrocken. Das hat mich komplett irritiert. Ja, das war tonal so merkwürdig. Wo es plötzlich klingt wie ein Vorspann zu Attack on Titan oder so. Ja, so ... Das hat gar nicht in den Vibe gerade gepasst. Überhaupt nicht. Ne, es ist ... Das war ein bisschen ... Ja, sonst ist die musikalische Untermalung eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Ja, aber das war doch ein bisschen komisch. Und ich finde halt, was die Charaktere allgemein ... Ich finde, jeder kriegt da so ein bisschen Licht zum Scheinen. Und gegen Ende versteht man die alle auch ein bisschen. Aber ich könnte jetzt nicht ... Konkret ... Gerade bei den ... Gerade bei zwei von den Jungs ist es schwierig, die wirklich auseinanderzuhalten tatsächlich. Ansonsten geben die sich sehr viel Mühe, die ein bisschen zu differenzieren und den allen irgendwie ihre Momente zu geben. Und das fand ich auch so ganz schön. Aber letztendlich, finde ich, geht dann irgendwie da alles ein bisschen zu schnell zwischen denen. Wo dann ... Wo durchaus mehr drin gewesen wäre von der Entwicklung her und so weiter. Dann ist jetzt diese ... Dann hat mich eben auch verwirrt, dass sie dann einfach der Schule fern bleibt. Und das ist anscheinend okay. Und das geht dann ja wohl irgendwie auch ... mehreren anderen Charakteren. Wo ich mir denke, wie genau funktioniert das? Also ich schätze auch mal, dass die dann irgendwie Material nach Hause kriegen. Das wird ja auch so ein bisschen angedeutet dann, schätze ich mal. Dass das irgendwie ein Punkt ist. Und ein Problem, was man jetzt nicht dem Film zulasten legen müsste, sondern der Kopie, die wir gesehen haben, ist, dass bei Schrifteinblendungen keine Untertitel waren. Oh ja. Und das ... Bei bestimmten Einblendungen dachte ich, okay, das bedeutet wahrscheinlich das. Aber dann kommt es zu einem bestimmten Moment, wo ein Brief betrachtet wird. Und vorher wird ein Brief betrachtet, aber es wird uns vorgelesen. Wo ich denke, okay, gut. Aber dann ist es irgendwie ein Brief und der ruft eine Reaktion hervor. Aber ich wusste einfach nicht, was da steht. Weil es wird uns nicht vorgelesen. Und ich denke mir, hier müssen Untertitel sein. Das ist leider ... Das war leider nicht optimal. Könnt ihr euch denn bei den Charakteren noch an alle erinnern? Also, ich muss sagen, auch wenn ich mir den Trailer noch mal angucke, also ja, natürlich, Kokoro ist die Protagonistin. Und dann weiß ich noch, was mit zwei anderen Figuren passiert ist, weil das einerseits das einsteigende Erlebnis am Ende ist. Und die, ich weiß mal, also die gehen ja untereinander am Anfang auch nicht so nett mit einer anderen Person um. Ich muss sagen, alle anderen, ich habe keine Ahnung mehr, was deren Storyline war. Also, dass die alle was verbindet, ja. Aber, also, mir sind die alle, also, ich habe die alle vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ja, bei den Mädchen weiß ich alles noch gut. Und bei zwei, drei von den Jungs finde ich es gut. Und einer ... Der eine. Ging es darum, dass wegen seinen Haaren ... Das war so, ja, ich glaube, das war das, was dann so ein bisschen, okay, jetzt haben wir etwas, was sich differenziert von den anderen irgendwie. Optisch. Das ist ja auch eine krasse Entscheidung, um sich die Haare zu färben. Hui, hui, hui. Ja, gerade in einem Anime, ne? Ja. Nein, in dem Sinne halt ist das alles sehr realistisch. Aber ansonsten halt, wir kriegen sonst nicht viel mit von Kokoros Familienleben in irgendeiner Form. Halt, ihr Vater ist so gut wie gar nicht da. Und ich schätze, ja, das ist auch irgendwie ein normales Environment in dem Sinne in Japan, wenn dann der Vater da irgendwie viel arbeiten geht. Aber ansonsten ist es einfach so nebenher durchgespult irgendwie, das, was da in der realen Welt wirklich passiert. Und letztendlich ist dann das im Schloss doch um einiges interessanter, auch wenn es da auch ein bisschen gemütlicher zugeht. Aber es ist einfach ... Es ist nicht so einfach mit dem Ding, merke ich gerade. Auch wenn ich sagen muss, also die Szene, es gibt eine, würde ich sagen, relativ zentrale Szene zwischen Kokoro und ihrer Mutter. Weil es ist ja auch mal so, wie werden so Eltern dargestellt. Und die fand ich tatsächlich irgendwie schön, auch wenn sie nicht ganz funktioniert hat. Aber es hat mich tatsächlich mehr emotional gepackt als dieser ganze andere Szene. Weil da fand ich das irgendwie authentisch. Ansonsten war mir das alles zu sehr so ... Also der hatte einem das, finde ich so, der Film drückt einem das so aufs Auge nach dem Motto, los, ihr müsst jetzt was spüren. Weint, Gefühle groß. Und dieser Moment zwischen Kokoro und ihrer Mutter, den fand ich irgendwie schön authentisch. Aber das andere war mir alles zu doll. Ja, ich ging ein bisschen ... Also mir sind nicht die Tränen gekommen, aber ich war so ein bisschen choked up. Weil dann einfach halt, sowas funktionierte einfach für mich. Weil ich fand dann gerade das richtige Ende. Das war dann irgendwie, das war dann gut gesetzt, gut geschnitten mit der Musik und so weiter. Und sowas kriegt mich. Also ich, ich, bei mir braucht es nicht viel, um loszuheulen. Und in dem Fall habe ich nicht geweint, aber es war auf jeden Fall ein bisschen Emotion bei mir da. Und das ist, das ist ja auch schön. Und ich fand die deutsche Synchro auch sehr gut gelungen. Ähm, da kann man definitiv nicht meckern, aber die machen das ja eh meistens sehr hochwertig. Ja, aber letztendlich ist es so ein ... Wo man sich auch fragt, wem genau soll man den Film eigentlich empfehlen tatsächlich? Es ist so eine merkwürdige ... Und ich meine, viele, viele Sachen, diese Art sind ja so ein bisschen so eine merkwürdige Mischung von Genres. Ähm, aber man kann ihn jetzt nicht uneingeschränkt zum Beispiel Fans empfehlen von bestimmten anderen Anime-Filmen, die gerade auch hierzulande richtig große Wellen geschlagen haben. Es fehlt, ich finde, es fehlt wirklich die technische Opulenz von so einem Miyazaki. Und ich finde, es fehlt die Emotion von bestimmten anderen Filmen wie Das Mädchen, die durch die Zeit sprang. Oder anderen Filmen dieser Art. Oh, nee. Oder Ani und Yuki. Da kommt er eben einfach nicht ran. Letztendlich sitzt ja der Film irgendwie zwischen diesen Fronten und kann nicht hierhin und nicht dahin und ist dann irgendwie einfach da. Und das ist ein bisschen schade. Es ist ein konfuses Ding. Mhm. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, weil es war halt okay. Man kann das irgendwie so Leuten empfehlen, die emotionale Sachen mögen, die so ein bisschen Drama mögen. Auch Fantasy auf jeden Fall, ne? Aber ansonsten ... Ich meine, man kann es sich auf jeden Fall anschauen, aber es ist jetzt irgendwie wirklich auch nichts Weltbewegendes oder ... Ich glaub, nichts, was mir jetzt lange im Kopf hängenbleiben wird. Es wirkt fast so, meiner Meinung nach, und das könnte jetzt eigentlich mein Fazit sein, es wirkt so wie ein Anime-Film gemacht von jemandem, der viele Anime-Filme gesehen hat, aber nicht exakt versteht, wie die ticken. Mhm. Irgendwie. So ein bisschen als so der Versuch von ... Oh, ich mag das und das und das. Und dann irgendwie von hier und da irgendwie was gepflückt und dann so zusammengebraut in diesem Paket und es funktioniert, es ergibt irgendwie Sinn für sich größtenteils, aber es fehlt der tatsächliche Funke, es fehlt das komplette Verständnis für die Materie. Die Frage ist jetzt natürlich auch, weil es ja eine Buchvorlage auch gibt, wie die genau umgesetzt wurde, ne? Es ist jetzt schade, dass ich sie jetzt nicht gelesen hab, aber dann hätte man vielleicht nochmal sagen können, okay, wäre das jetzt im Buch vielleicht besser umgesetzt worden, vielleicht wären da auch die ganzen Twists irgendwie besser umgesetzt worden. Das wäre jetzt halt irgendwie noch interessant zu wissen, ob das Grundmaterial auch schon so ein bisschen Mängel hat. Aber wie gesagt, ja, auch die technische Umsetzung ist ja jetzt auch nicht so gut. Aber was man vielleicht zur anderen Vorlage noch sagen kann, also diese Prämisse von dem Wolf und den sieben Geißlein, das ist, finde ich ehrlich gesagt, eher so ein bisschen Alibi-mäßig, oder? Weil im Film spielt das lange überhaupt keine Rolle. Auch die Jugendlichen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, warum es das Wolfs-Mädchen ist und dann sieben Geißlein quasi. Und am Ende ist das plötzlich da. Und ich denke so, also ihr hattet jetzt, ich weiß gar nicht, ein Jahr oder ein halbes Jahr, ein Jahr, glaube ich, Zeit da in diesem Schloss. Und ihr habt euch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und das, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen faul fast. Eigentlich wurden die doch auch auf eine falsche Fährte gelockt, weil hat die nicht immer die Rotkäppchen genannt? Ja, das ist auch so merkwürdig. Warum auch immer, weil, ja. Ist ein anderes Märchen. Jetzt ist es auch ein Märchen mit einem Wolf. Ich glaube, dieses Rotkäppchen-Ding ist einfach nur dafür da, um auch uns auf die falsche Fährte zu locken. Aber es ergibt halt nicht mal Sinn im Kontext. Nee, auch nicht. Ist das Problem. Weil das mit den sieben Geißeln ist halt eigentlich wirklich schon so eine bestimmte Wendung. Wo ich dann auch dachte, okay, cool. Aber das basiert dann auch so auf reinem Zufall. Ja, aber mit diesen Regeln und mit dieser ganzen Thematik und so weiter, es ist einfach in sich, ist es nicht hundertprozentig schlüssig. Nee, es fühlt sich einfach nicht rund an. Also es gibt so viele Aspekte, wo ich im Nachhinein da saß und mir dachte, verstehe ich nicht. Also warum ist das jetzt so und so? Manche Sachen sind so random einfach. Ja. Ich finde ganz spannend, Lasse, du hast ja angesprochen, dass es irgendwie von einer Person ist, die irgendwie vielleicht nicht so erfahren ist. Aber wenn man guckt, also Keishi Ehara, der hat schon mehrere Animes gedreht. Also der hat Colorful gedreht, Miss Hokusai oder auch The Wonderland. Colorful und The Wonderland gibt es auch bei Prime aktuell. Ich habe The Wonderland letztes Jahr geguckt. Ich fand den auch ziemlich mies. Also vielleicht ist es auch einfach nicht mein Regisseur. Also vielleicht kann ich mit ihm irgendwie nicht so bonden. Aber falls ihr da mal reingucken wollt, die gibt es aktuell bei Prime. Okay. Okay, gut zu wissen. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, halt manchmal. Und man muss ja auch dazu sagen, der Film ist ja eigentlich von 2022. Der ist jetzt erst, der kommt jetzt erst nach Deutschland. Manchmal lässt sowas ja immer ein bisschen auf sich warten. Aber das ist schon so extrem. Ich weiß jetzt auch nicht, wer sich jetzt groß die Finger danach geleckt hat, wirklich. Halt vielleicht gibt es irgendwie Fans, den einfach, oh ja. Aber ich wüsste jetzt nicht ganz genau. Und für die können wir jetzt auch nicht unsere hundertprozentige Empfehlung aussprechen. Das ist einfach einer von denen, ich weiß nicht, schaut rein, wenn ihr neugierig seid. Aber wir selbst können euch jetzt nicht wirklich sagen, oh, das hat den und den Mehrwert. Aber wenn er andere Leute in irgendeiner Form emotional anspricht, nicht, wie es bei uns nicht gelungen ist, dann ist es natürlich schön. Also wir können ja nicht für alle sprechen. Vielleicht, wenn Leute auch mehr betroffen sind, dann weiß ich nicht, vielleicht. Ja, ich meine halt, ich habe zu bestimmten Problemen, die diese Jugendlichen hatten, da konnte ich schon durchaus halt einen Bezug so herstellen. Aber letztendlich ist das halt so ein, ja, so eine Thematik, die auch so ein bisschen irgendwie weggekehrt wird. Das ist halt nicht, es wird eigentlich einfach nicht hundertprozentig klar und teilweise ist der Film vielleicht auch nicht ganz harsch genug irgendwie. Es gibt schon so eine bestimmte andere Stelle, wo Kokoro so ein traumatisches Ereignis hat bei sich zu Hause. Und ich dachte, holy fucking shit, das ist also wie ein Zombie-Film jetzt eigentlich. Das war schon heftig. Und ja, das war extrem heftig und das fand ich auch sehr gut gemacht. Aber andererseits, das fand ich einfach so, ich weiß nicht, auf einer realistischen, also auf einer echten Weltebene, fand ich es vielleicht sogar ein bisschen zu drüber. Und ich meine, ja, Kinder können großartig sein, aber es war trotzdem so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen, ja, es hat, ja, ich meine, es ist melodramatisch an einigen Stellen und das passt mir so weit. Aber letztendlich ist der Film nicht an einigen Stellen nicht vielleicht so erschreckend, wie er sein möchte. Und dann ist er auch eben nicht so emotional und berührend, wie er sein möchte. Und es ist halt eben ein bisschen konfus letztendlich, die Auflösung und wie diese Charakteren letztendlich zueinander stehen. Es ist alles, es ist nicht ganz elegant gelöst, so kann man sagen. Ich finde es super schwierig, weil also an sich würde ich immer sagen, wenn Anime-Filme in die Kinos kommen, lauft dahin, weil zumindest bei mir in der Stadt laufen zu wenig Anime-Filme in den Kinos. Aber hier muss ich halt auch so sagen, es gibt halt so viel bessere Alternativen, weil man muss einfach nur Netflix öffnen, da sind ja fast alle Studio Ghibli-Filme. Es würde ich sagen, alles besser. Ich finde nicht alle davon gut, aber ich finde alle besser als das hier. Und dann kommen halt noch andere Sachen dabei. Ihr habt schon Your Name und so von Makoto Shinkai angesprochen oder halt auch das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Armin Yuki von Mamoru Sada, der hat auch ganz viele super schöne Filme gemacht, die wirklich, finde ich, die emotional packen, ohne zu aufdringlich zu sein. Also die wirklich irgendwie schönen und auch dieses Fantasy mit Emotionen und auch irgendwie Geschichten mit Bedeutung verbinden. Also bei Susume geht es dann ja auch nicht nur um so eine romantische Beziehung, sondern auch um was Größeres, wie Japan so Trauma verarbeitet. Aber hier ist das ja, also nee, ich bin, nee, ich habe mich auch krass gelangweilt. Ja, und selbst halt wenn es Crunchyroll, da gibt es jetzt die komplette erste Staffel von Frieren, was eine grandiose Serie ist, was natürlich in eine andere Richtung geht, in der Art und Weise, wie es Fantasy ist. Aber das ist auch eine Fantasy-Serie, die sehr entspannt erzählt wird und ganz wundervoll ist und einfach so viel zu bieten hat. Also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Fans von Animes sind, tatsächlich, wie ich finde. Nee, es gibt zahlreiche Alternativen, die ihr online finden könnt und vielleicht halt auch im Kino hier und dort. Also um jetzt zu einem Fazit zu kommen und da mache ich mal einfach kurz den Anfang. Es ist einfach keine runde Sache und alles andere habe ich dann jetzt auch schon gesagt. Also bei mir wäre es keine Empfehlung, aber es ist auch keine Verdammung. Es ist halt einfach, kann man schauen, muss man aber nicht. Ja, ich mache dann weiter, würde ich sagen. Ja, ich, ja, ähnliches. Also es geht mir eigentlich genauso. Ich konnte jetzt schon irgendwie emotional manchmal anknüpfen, aber ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Und nichts, wo ich jetzt hier sitze und jetzt noch abends drüber nachdenken werde, oh mein Gott, diese eine Szene da irgendwie. Deshalb, ja, wenn ihr vielleicht das Buch gelesen habt und das jetzt irgendwie sehen wollt, dann geht vielleicht rein. Aber ja, ich glaube, ich glaube für das allgemeine Publikum, ich habe das Gefühl, der wird einfach untergehen. Ja, möglich. Es ist halt auch nichts, dass man wirklich halt, oh, geht mit der Familie rein, weil dafür ist es dann zu gemächlich und dann ist es aber auch, finde ich, zu heftig an einigen Stellen. Und ich bin absolut dafür, ey, mutet euren Kiddies ruhig was zu, die können das ab und so weiter. Aber in dem Fall ist es vielleicht ein bisschen zu, ey, Johannes, was meinst du? Abschließung. Ja, ich fand den wirklich nicht gut. Ich habe mich ziemlich gelangweilt, der hat mich emotional ziemlich kalt gelassen und dann mache ich jetzt einfach schamlose Eigenwerbung für eine andere Folge des Tele-Stammtisch, wo Zero und ich über den Film My Only Girl gesprochen haben. Das ist ein Anime, der vor kurzem auf Netflix gestartet ist. Ist jetzt auch nicht der größte Wurf, aber das ist zumindest eine schöne Geschichte, wo ich ganz viel mit den Charakteren bonden konnte. Und ja, schaut lieber den anstatt Lonely Castle in the Mirror. Vielen, vielen Dank. Da wollte ich sowieso reinschauen. Gut, dass ich da jetzt nochmal die Bestätigung habe. Ich auch. Schön. Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz doll für eure Zeit. Leider war es doch eine sehr kalte Zeit in diesem einsamen Schloss hinter dem Spiegel. Aber vielleicht finden wir hinter dem nächsten Spiegel eine weitaus bessere Welt. Und vielleicht gewinnt ihr dieser Welt ihr doch um einiges mehr ab, wenn ihr euch denn entschließt, diese Reise anzutreten. Ich sage jedenfalls danke, ihr beiden. Danke dir. Danke. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wir besprechen die neuesten Filme und Serien beim Tele-Stammtisch. Tschüss und auf bald. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.